So, hier haben wir jetzt einen Momotaro Kohaku, wird jetzt drei Jahre, haben wir als Tosei gekauft, letztes Jahr 2016 im April, hatte der 35 cm, hat jetzt 69 cm, ist weiblich, also wird jetzt erst drei Jahre, hat sich sehr gut entwickelt, haben wir hier großgezogen in der Innenhälterung, der Kohl wird locker 80 cm, also das kann man schon sagen, und qualitativ ist er sehr gut, das Penny im Moment nicht so gut, das ist klar, weil er hat noch keine Sonne gesehen, der war bisher nur hier im Geschäft, in einem 5 Kubikmeter Becken mit ein paar anderen, zum Wachstumshelterung gefüttert waren, hat guten Body, Er hat sehr schöne Flossen, gutes Gesamterscheinungsbild, also wer da Interesse hat an einem Momotaro Kohaku, der locker die 80 cm schafft, der kann sich gern melden. Können wir auch noch helfen, bis nächstes Jahr Mai, Juno, ist kein Problem, bleibt im gleichen Becken, wird der Fisch dann so knapp 75 cm haben, also das kann man jetzt schon sagen, bei Interesse, Mail oder anrufen. Anrufen, Momotaro, Sansai, 68, 69 cm hat er im Moment.